Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Zguides und in diesem Video erholen wir uns einen Talisman, was mir die liebe Fallen Angel gezeigt hat. Und zwar, wo befinde ich mich? Wie immer, Start des Addons, große Brücke, vor dem Schloss Ensis. Über diese Brücke gehen wir nicht, sondern links davon hinunter. Da ist die Brücke und der Gnadenpunkt. Und unter der Brücke finden wir zwei Fledermäuse. Aber wenn wir weiterhin in einen Raum gehen, dann ist da ein Talisman. Einen kleinen Sprung müssen wir noch vollführen. Und hier drin ist es schon. Zauberdraffentalisman plus drei. Das ist natürlich stark. Talisman mit dem Abbild eines oralten blauen Drachen. Erhöht die Resistenz gegen Magieschaden bis ans Äußerste. Die oralten Drachen, die in der Ära von den Erdenbaumen regierten, beschützten ihre Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Orden von Schutz. Der Text kenne ich nur irgendwie auswendig. Geil. Da sage ich vielen Dank fürs Teilen. Wenn ihr etwas findet, was ihr mit mir teilen wollt, dann immer zu. Ihr könnt mich über Instagram anschreiben. Der Link steht immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ihr könnt sogar Mitglied werden meines Kanals. Dann könnt ihr mich noch mehr unterstützen. Vielen Dank. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.